Hallo, hier ist wieder eure Suse. Gestern waren wir bei den Erdmännchen, heute bei den Finguinen und ja, hier gibt es bald auch eine kleine verspätete Osterüberraschung, denn wir haben hier ein paar Brutpärchen, die Eier gelegt haben und die Küken sind kurz vor dem Schlupf und wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden, sobald die ersten Küken da sind. Und wenn ihr uns unterstützen wollt in dieser etwas schweren Zeit, dann schaut doch einfach mal auf unserer Website vorbei www.tierpark-saberburg.de Dort findet ihr alle wichtigen Informationen für ein Spendenkonto. Entweder könnt ihr dort direkt spenden oder auch gerne eine Patenschaft für eure Lieblinge übernehmen. Das hilft uns und wir würden uns freuen und wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen und bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, eure Suse.